Tai Chi Nummer 6. Wir beginnen in der Halte und die Rose halten, lassen die rechte Hand fallen, die linke steigt, beide Hände schwingen nach hinten durch, der Blick folgt, die rechte Hand schwebt auf Kopfhöhe wieder nach vorn, der linke Fuß macht einen Bogenschritt vor, der rechte dreht parallel vor und wir schieben mit der rechten Hand in die Mitte. Gewicht ist 70% vorne. Hand wird nicht durchgeschränkt, Hand bleibt gebeugt.